Komm zu ProSieben, haben sie gesagt. Wirst du YouTube-Star, haben sie gesagt. Und jetzt haben sie dich hier einfach in der Wüste ausgesetzt. Komm zum Duell um die Welt, haben sie gesagt. Ich werde eine mega Erfahrung für dich, haben sie gesagt. Oh, da liegt ja ein Pfiff in der Wüste mit meinem Namen drauf. Wie kommt der denn hier her? Der kann ja noch mal hier von Gas sein. Da muss ich glaube ich mal reinschauen. Hallo Knappspaten, begebe dich auf direkten Weg durch die Wüste Afrikas. Auf dem Weg durch die Wüste schreibe Angela Merkel eine Postkarte direkt ans Kanzleramt und berichte von deinem schönen Ausdruck. Am Ende der Wüste wirfst du die Postkarte in den Briefkasten und schickst die Karte direkt persönlich ans Kanzleramt. Mach vorher ein Beweisfoto von der Postkarte. Solltest du diese Aufgabe in den Sand setzen, wirst du bei unserer nächsten TV-Auszeichnung als Kartenabreißer verkleidet als Frank Thurmann am Empfang stehen und alle Publikumsgäste beleidigen und dich später in der Show für diese dämliche Aktion bei allen entschuldigen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.